Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Info-Vlog. Und zwar betrifft das heute leider wieder eine nicht so fräuliche Nachricht. Denn ich bin wieder für drei Wochen nicht da, außer an den Wochenenden. Und da weiß ich auch noch nicht, ob ich dazu kommen werde, Videos hochzuladen, eventuell nur Modern Warfare 2 Clips, weil die ja schon alle fertig sind. Und Minecraft muss ich die ja erst immer aufnehmen und so. Und dazu habe ich eigentlich am Wochenende überhaupt dann keine Zeit. Sprich, für drei Wochen wird es jetzt keine regelmäßigen Uploads geben, leider. Denn ich muss wieder auf die überbetriebliche Ausbildung zum Kotzen. Aber was kann man dagegen tun? Ich kann euch sagen, was man dagegen tun kann. Ich habe nämlich hier wunderschöne Playlisten auf meinem Kanal. Da kann man auch sehr gerne mal, also es kostet nichts, kann man auch sehr gerne mal reingehen und mal so nachschauen, was es denn da so schönes gibt. Und ich kann nur so viel sagen, es gibt ein paar schöne Sachen. Und ja, vielleicht ist ja auch was dabei, was euch gefällt und was ihr noch nicht gesehen habt. Dann könnt ihr euch ja das vielleicht anschauen. Ich hoffe ja, ihr könnt euch somit quasi die drei Wochen hier quasi überbrücken. Und wir sehen uns dann hoffentlich trotzdem noch alle in drei Wochen wieder. Und ja, bis dahin würde ich sagen, bleibt mir treu. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Hohenkrebscam sagt's ja aus.